Die Bahn geht in die Offensive, auch was den Fahrzeugbau anbelangt. Mit dem ET403 steht ein Zug in der Erprobung, dessen Technik und Form etwas völlig Neues darstellt. Gewissermaßen die erste Generation elektrischer Schnelltriebwagen im Jetstyling. Ob im Großraum, Abteil oder Speisewagen, die 183 Sitzplätze erster Klasse für Intercity-Reisende präsentieren sich in sachlich elegantem Design unserer Zeit. Sämtliche 16 Achsen des vierteiligen Triebwagens werden durch eigene Fahrmotoren angetrieben und vier voneinander unabhängige Bremssysteme verbürgen sich für sichere Fahrt auch bei Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde. Ob außen oder innen, der ET403 vereinigt alle Finessen moderner Fahrzeugtechnik und die geräumige Kanzel hinter aerodynamischer Panoramascheibe erinnert eher an das Cockpit eines Düsenjets als an die klassische Eisenbahn. 6000 Kilowatt, das sind muntere 8000 PS, vermitteln ein Startvermögen von 0 auf 200 in anderthalb Minuten. Darin repräsentiert sich moderne, leistungsfähige Fahrzeugtechnik mit interessanten Zukunftsaspekten.